ich wollte ihr liebst noch erzählen wie es und a und so zurückkommen wollten so weiter weil sie alles überhaupt gar nicht aber weil leider war die zeit dann dort habe ich habe auto bekommen ich wollte ich habe ja so noch was zu erzählen das ist passiert überleben mir diesen gegner er hat die kettensäge dabei alter spielt er mit die kettensäge man kann diesen sprint bus die wir machen diese springen da buchst hälfte es geschafft jetzt noch einer im haus noch einer glaube ich welch mal geschafft ich habe immer noch nicht die kettensäge Sammelgegenstände, legendäre oder mystisch auf. Ich schaffe Waffen bei Brother Beach. Ja, nee. Vielleicht bekomme ich noch ein anderes. Auf dem Dach. 2x50. Also 225. 1x50. Von wegen Pro. Garne. Garne Pro. Aber erstmal ohne das Prusentische wieder. Jetzt haut er ab, wo ich Prusentische gehe, ne? Alter, ist das peinlich wirklich. Das kannst du niemandem erzählen. Einer ist ein Heuballen. Eine mystische Waffe habe ich schon mal. Oh mein Gott, habe ich geschlafen. Das steht leider nicht, fuck. Ich muss unter die 10, wie ich gehöre. Okay, kriegen wir hin. Leid. Ich bin mir. W. ist doch noch irgendwas gekommen noch apropos aller stimmt ich glaube ich weiß das hat mich jetzt eine party eingeladen wir haben eine dreiviertelstunde natürlich spät ist offen gegangen 40 minuten weil er gar nicht mit schlafen weil jetzt nach der nacht war ich so warst du zu hause ja 60 hättet bis von 16 bis 9 schlafen können so kollege na ja oh gott was passiert jetzt ich hänge ich meine damals auch hallo das connect hallo was jetzt los dachte ich ja meins auch aber ich habe jetzt hier bewegen anders gestorben ist das ist das ein paar können sein dachte ich eben auch er musste da auf dem dach auch nicht mehr bei mir war während zeichen weg und alles noch einmal kommt es wieder macht ja gar keine solche würde aber bist du auch stehen geblieben ja 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 gar nix nix ging alles war tot ich dachte mein wlan ist jetzt weg und ich auch warum wir erfordert server fehler anscheinend ich bin das ich finde vorher so aus dem frech von page so viel geld und so ein scheiß zu rein personen wie sie haben job ja mit dem halloween ist es so gefühlt glaube ich davor war ja nix wie sie erste patch gekommen ist ich glaube ich nehme die ketten wie jetzt der spring ist doch jetzt ausgemacht oder nicht wer gibt wo er springen gepatcht schon weil sie melden sich habt ihr gesehen dass das springen die mehr geht mit dem kettensägen ding da es geht wieder es ging aber schnell bei letztens vor gestern aber wieder gesehen dass das rausgepatscht wurde wegen dann back weil es um diesen stopper mit allerdings ein riesen sprung gab den die ordner macht doof hat ich habe einen dabei mit 30 aber leider es war so springen angeblich sonst angeblich gibt riesen sprung sehr der sprung sollte angeblich so groß sein dass du halt von dir bis zu anderer seite mit prinz ungeblich zwar back mal warum hat mir das geld gegeben habe ich auch schon er hat mich ja heute um sieben uhr meine arbeit angerufen wo ich gesagt habe ich bin arbeiten ich kann eigentlich nicht also aber es ist wichtig ist ganz wichtig blablabla ja okay erzählt ja dann konnte ich wieder frei gemacht worden seine schulden so die er hat er dann können oder gesperrt wegen dem ganzen zeug dann konnte wurde gesperrt war ja schulden hat und so weiter und die eigentliche was geld unbedingt sofort haben wird bezahlt das heißt du darfst dann konnte wir normal benutzen und ich weiß auch wer es war sky 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 deutschland diese fernsehsender ich habe geil 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 alles deswegen weil ein konto gesperrt das selbst schuld in 20 euro wäre jetzt gezahlt gewesen kann man sagen aber ihr wollt das wort haben und wir haben hier als was wird geholt ja er hat jetzt ein selbst umgelegen gilt er hat sich diese scheiße geholt dieses tag war für hat die liegende er ist gar weggelegt was sind du lieb es liegt er liegt ist der pump weg für eine shot für eine kettensäge was hat jetzt ein kacke war angeblich pro aber ist kein pro jetzt in pro waffen hin alter was bei ihm es wird die hier ist ein verlassen bei dem ich mir mal das ding wie sie überhaupt er hat kein visiert nämlich in der lieber so aber dann hier noch schön nichts bewahren okay weiter geht's dachte ich ich hatte schon ein bisschen angst damit ich sterbe ich glaube doch gestorben das ist unsichtbar scheiße das ist so unnötig das sieht manchmal so komisch aus ja aber ich finde die ist gut wenn man gerade kein moving item haben sonst würde ich die eigentlich gar nicht spielen wer gefühlt gedete sie sind so ein item was stark im angriff ist und auf einmal moving item ist auch viele jetzt vor zwei seasons die fäuste danach kann mit die jetpack kacke da jetzt kommt die kacke ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich bin es gehirn geschossen hat als verspricht wer das machen müssten wir lassen zwei heims sind rauskürtten man alter die glaube alle keils ich hatte mindestens schon sechs in pilds vielleicht mindestens acht gehabt aber dieser mary milo floater ja 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 auch hätte auch schon locker acht mal gehabt ja ich doch aber nein ich bin also hätten sie ich bin ein kettensäge spürt haha ich nehme die ja nur zu ja die anderen beiden auch oder die greifen und ein gebootet achtung galin kommt und der andere auch weil täglich aufger beledigt ich auch alter gelach ja sie ich gehe jetzt alleine wichser garden alter ohne witz und bastard auch die letzten sind bei mir mit auto ja ihr werdet von ecken bekommen weil die bayern vielleicht kommen werden als bei snacken werden also einer ist minus 40 wei ich habe mit auto weg aber zu loser ja schon wieder egal diese runde ist so nervig und so ab eigentlich gar nicht hinterher mir wird sowieso nicht schön lau gemacht und jetzt ich habe vor mir geht er gehabt gerade eben so ein bot war die kacke war da und da konnte andere einmal drauf hießen dort war ja wie in der abhaut also ich werde gar nicht hinterher gehen weil mir werden ja habe ich doch gesagt ich brauche gar nicht hinterher gehen